Damit Sie einen Plan ansprechend gestalten können, bietet Ihnen Vectworks eine vielfältige Palette an geeigneten Grafikwerkzeugen. In diesem Kapitel lernen Sie ein paar dieser Werkzeuge besser kennen. Öffnen Sie die Datei 16 grafische Füllungen.vwx Aktivieren Sie durch Doppelklick auf den Schnitt AA den Ergänzungsbereich. Öffnen Sie, falls geschlossen, den Zubehörmanager. Im Menü Fenster Paletten. Durch einen Klick auf das Haus-Symbol wird das Zubehör des geradeaktiven Dokuments angezeigt. Navigieren Sie zum Bereich Verläufe. Aktivieren Sie die Polygonfläche über dem Schnitt, indem Sie mit dem Werkzeug Aktivieren darauf klicken. Doppelklicken Sie nun auf den Farbverlauf Hintergrund im Zubehörmanager. Um die Ausrichtung und die Größe des Farbverlaufs anzupassen, klicken Sie auf den Knopf Verlaufszuweisung in der Attributpalette. Es erscheint das Dialogfenster Verlaufszuweisung. Verändern Sie die folgenden Werte. Y-Startpunkt minus 1, Rotation 80 Grad. Klicken Sie auf den Knopf Vorschau, um die Änderungen zu sehen. Ändern Sie die Art von Linear auf Radial und klicken Sie auf Vorschau. Wählen Sie wiederum Linear und schließen Sie das Dialogfenster mit OK. Mit einem Rechtsklick auf den Hintergrund öffnet sich das Kontextmenü. Wählen Sie den Befehl Anordnen in den Hintergrund. Damit legen Sie die Reihenfolge der Darstellung fest. Es erscheinen Grafik- und Cotenbemaßung. Für sich wiederholende Muster, Farbflächen oder beliebige Füllungen eignet sich die Füllart Mosaik sehr gut. Sämtliche 2D-Objekte, auch Bilder, können im Mosaik verwendet werden. Stellen Sie mithilfe von Mosaik die Garagetor-Lamellen dar. Wählen Sie die Layout-Ebene G03 Ansichten. Aktivieren Sie durch Doppelklick auf den Ansichtsbereich den Ergänzungsbereich. Markieren Sie eines der Rechtecke im Bereich der Garagentore. Ziehen Sie das Mosaik Aluminium Schmal MOS aus dem Zubehörmanager mit gedrückter linker Maustaste auf das Garagentor. Durch einen Klick auf das Haus-Symbol wird das Zubehör des gerade aktiven Dokuments angezeigt. Führen Sie im Zubehörmanager einen Rechtsklick auf das Mosaik aus und wählen Sie Bearbeiten. Im folgenden Dialogfenster wählen Sie Geometrie. Vergrößern Sie die Ansicht mit dem Scrollrad. Aktivieren Sie eines der Rechtecke und wählen Sie in der Attributpalette eine andere Füllfarbe. Verändern Sie die Deckkraft. Verlassen Sie das neu gestaltete Mosaik über den Knopf in der rechten oberen Ecke des Arbeitsfensters. Stellen Sie mit Hilfe von Bildfüllungen den Belag der Bodenfläche dar. Arbeiten Sie in der Layout-Ebene G02 Grundrisse. Ziehen Sie das Bild Holz-Eiche 01 BR50 aus dem Zubehörmanager mit gedrückter linker Maustaste auf den Boden des linken Wohnbereichs. Um Ausrichtung und Größe des Bildes an den Boden anzupassen, aktivieren Sie nun das Werkzeug Füllung und Material bearbeiten in der Konstruktionspalette und klicken damit auf den Boden. In der Mitte der Bodenfläche erscheint ein Rechteck, das die Größe des Bildes repräsentiert. Dieses lässt sich nun wie ein gewöhnliches Rechteck verschieben und umformen. An den mittleren Modifikationspunkten kann das Bild gedreht werden. Wie bereits bei Verläufen und Bildfüllungen beschrieben, lassen sich auch Mosaike, Schraffuren und Materialien 3D mit dem Füllung und Material bearbeiten Werkzeug anpassen. Der Lieferumfang von Vectorworks umfasst bereits hunderte von Füllgrafiken. Sie finden diese in der Attributpalette, dort als Bibliotheksvorgaben oder im Zubehörmanager unter Dateien Vectorworks Bibliotheken. Ein weiteres Gestaltungsmittel ist die Deckkraft von Objekten. Hier sollen Flächen transparent dargestellt werden. Sie arbeiten in der Layout-Ebene G02 Grundrisse weiter. Möchten Sie einen Helligkeitsverlauf auf der Bodenfläche darstellen, können Sie zum Beispiel eine zweite Fläche mit einem Verlauf und einer reduzierten Deckkraft darüber legen. Aktivieren Sie die Parkettfläche des Bodens. Unter Menü bearbeiten wählen Sie den Befehl Kopieren. Fügen Sie mit dem Befehl Einfügen, Einfügen an Originalpositionen, eine weitere Fläche ein. Weisen Sie ihr einen Verlauf zu und stellen Sie die Deckkraft in der Attributpalette auf 60%. Nun sehen Sie das Polygon mit der Bildfüllung des darunterliegenden Parkettbodens. Sie können auch mehrere Objekte auf einmal transparent stellen, wenn Sie die Deckkraft zentral in der Einstellung für eine Klasse ändern. Dann werden die Objekte dieser Klasse transparent. Natürlich können Sie in Vectorworks alle Farben verwenden. Dazu einfach in der Attributpalette über den Farbpalettenmanager die Farben Ihres gewünschten Farbfächers wählen.